In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du OneNote auf deinem iPad verwenden kannst. Ich habe OneNote auf meinem iPad bereits für dich geöffnet. Wie du siehst, ist auch mein Stangeln-Notizbuch bereits geöffnet. Möchtest du ein Notizbuch in OneNote öffnen, klickst du auf weitere Notizbücher und du bekommst eine Auswahl, wo du das Notizbuch auswählen kannst und öffnen kannst. Bekommst du diese Auswahl nicht, kann es sein, dass du in OneNote noch nicht angemeldet bist. Dazu klickst du hier links oben auf dein Avatar-Symbol und sofort siehst du, mit welchen Speicherorten du verbunden bist. Ich bin hier schon mit meinem Konto an der Musikmittelschule Radstadt verbunden. Möchtest du dieses Konto hinzufügen oder ist dieses Konto bei dir noch nicht vorhanden, klickst du auf Speicherkonto hinzufügen und da es ein Schulkonto ist, wählst du OneDrive for Business. Nachdem du auf OneDrive for Business geklickt hast, meldest du dich noch mit deiner E-Mail-Adresse an und schon solltest du Zugriff auf deine Notizbücher haben. Mit Abbrechen schließe ich nun diesen Dialog wieder und zeige dir nun die Möglichkeiten von OneNote. Auf der linken Seite sind deine geöffneten Notizbücher, rechts daneben die Abschnitte und die Abschnittsgruppen und dann die Seiten. Ich möchte nun auf dieser Seite beginnen zu arbeiten, also klicke ich auf die Seite und schon wird die linke Seitenleiste minimiert und du hast einen größeren Schreibbereich zur Verfügung. Klicke ich hier nun auf die Titelzeile, kann ich auch den Namen der Seite ändern. Ich nenne diese Seite nun Demo OneNote und bestätige mit Enter und springe somit auch schon in den Schreibbereich. Die Tastatur kann ich nun wieder ausblenden, indem ich hier rechts unten auf die Tastatur nach unten klicke. Tippst du nun mit deinem Finger in den Schreibbereich, öffnet sich die Tastatur wieder und du siehst, oben im Menü Start sind die Symbole nun auch nicht mehr ausgegraut, sondern du kannst nun beginnen zu schreiben. Da sich die Tastatur geöffnet hat, kannst du hier nun einen Text verfassen. Ich habe hier nun Hallo geschrieben und du kannst diesen Text auch markieren, indem du ihn antippst und bekommst nun die Auswahl, möchtest du diesen Text ausschneiden, kopieren, alles markieren, definieren, teilen oder in Kurznotizen kopieren. Natürlich stehen dir oben in der Symbolleiste auch die gewohnten Formatierungsoptionen zur Verfügung. Beispielsweise kannst du die Schriftart ändern oder die Schriftgröße, entweder indem du eine vordefinierte Schriftgröße wählst oder mit dem Plus-Symbol. Du kannst die Schrift fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen. Die Schriftfarbe kannst du ändern. Ich nehme hier nun blau. Du kannst die Schrift auch noch hervorheben wie mit einem Textmarker. Dann gibt es Aufzählungszeichen, Nummerierungen, Einzugsebene verringern, Einzugsebene erhöhen. Dann bekommst du noch die Ausrichtungsoptionen linksbündig, zentriert oder rechtsbündig. Daneben Formatvorlagen. Dann hast du die Möglichkeit eine Checkliste anzulegen, die du abhaken kannst oder daneben Tags zu vergeben. OneNote bietet dir allerdings noch viel mehr als diese eigentlich gewöhnlichen Textverarbeitungsfeatures. Klickst du im Menü auf Einfügen, erhältst du die Möglichkeit beispielsweise eine Tabelle einzufügen, Bilder einzufügen, ein Bild von der Kamera einzufügen, Online-Bilder einzufügen, direkt in OneNote Audio Aufzeichnungen zu machen, eine Datei anzufügen, eine Datei als PDF-Ausdruck einfügen, einen Link einfügen, Formeln einfügen, die Mathe-Tools und dann auch Optionen wie das aktuelle Datum, Besprechungsdetails oder auch die Sticker. Klickst du nun in den leeren Bereich, kann ich an dieser Stelle nun ein Bild einfügen. Es wird sofort meine Medienübersicht geöffnet, also meine Galerie und ich kann beispielsweise diesen Screenshot von meinem Homescreen einfügen, klicke hier auf den Pfeil nach rechts, habe nun noch die Möglichkeit dieses Bild zuzuschneiden, wenn ich beispielsweise nur über das Dock meines iPads sprechen möchte, kann ich das hier zuschneiden und bestätige mit bestätigen. Dieses Foto wird nun eingefügt, nachdem ich auch fertig klicke und schon habe ich ein Bild in OneNote eingefügt. Ich würde dir hier empfehlen, diese Möglichkeiten einmal in Ruhe mit deinem iPad auszuprobieren, da sie den Rahmen dieses Videos sicherlich sprengen würden. Als nächstes nehme ich mir nun den Menüpunkt Zeichnen vor. In Zeichnen hast du hier nun wieder die Möglichkeit, das Text-Tool auszuwählen, das Lasso, mit dem du etwas markieren kannst, daneben Schreibbereich einfügen. Hier kannst du nun in einem Bereich deiner Seite klicken und kannst mehr Platz dazwischen einfügen oder wenn du nicht so viel Platz benötigst, kannst du diesen Platz auch wieder verringern. Dann folgt der Radiergummi und dann die Stiftepalette. Der Stift ganz links hat ein A auf der Stiftspitze stehen, das bedeutet, er erkennt automatisch deine Handschrift und versucht deine Handschrift in geschriebenen Text umzuwandeln. Das hat in diesem Fall geklappt und mein handgeschriebenes Hallo hat sich nun in ein maschinengeschriebenes Hallo verwandelt. Daneben findest du nun eine Vielzahl von Stiften und wenn du einen Stift auswählst und dann noch einmal auf den Stift tippst, kommst du zur Farbauswahl. Du kannst also für deine Stifte verschiedene Farben definieren und hier am oberen Rand auch noch die Stiftdicke. Von Mittel, wie sie gerade eingestellt ist, zu dick und auch wieder zu dünn. Bist du mit der aktuellen Farbpalette nicht zufrieden, kannst du auch noch weitere Freihandfarben wählen und deine individuell gewünschte Farbe selbst bestimmen. Mit Übernehmen verlässt du diesen Dialog und mit einem Tipp in die leere OneNote-Fläche verlässt du nun auch wieder das Stifte-Menü. Wenn du mit deinem Finger einen Stift gedrückt hältst, kannst du auch die Anordnung der Stifte verändern. Möchtest du beispielsweise alle Textmarker nebeneinander haben, kann ich mir nun den grünen Textmarker schnappen und ihn zu den anderen Textmarkern verschieben. Als nächstes möchte ich dir auch noch die Ansichtsoptionen zeigen. Hier kannst du die automatische Rechtschreibkorrektur einschalten, dann die Hintergrundfarbe wechseln von hell auf dunkel, den plastischen Reader nutzen. Dazu findest du in meinem Teams-Crash-Kurs ein eigenes Video. Wenn ich mit den Fingern beispielsweise den Zoom-Faktor ändere und wieder auf die Ganzseitenansicht kommen möchte, tippe ich hier rauf und es wird wieder herausgezoomt. Mit einem Tipp auf Seitenbreite wird deine OneNote-Seite auf die ganze Seitenbreite angepasst und daneben findest du jetzt noch die Option für die Papierfarbe, solltest du mit weißem Hintergrund nicht zufrieden sein. Neben der Papierfarbe gibt es jetzt noch Optionen für die Papierformatvorlagen, linierte Papiere und karierte Papiere. Ich wähle hier nun als Mathematiker ein kariertes Papier aus. Und ganz rechts findest du noch die Option, einen Abschnitt zu sperren. Damit gibst du einem Abschnitt ein Passwort und nur eine Person, die dieses Passwort kennt, kann den Abschnitt auch wieder öffnen. Aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer ist auch noch der Reiter Kursnotizbuch interessant. Diesen findest du neben der Ansicht und du erhältst hier die gewohnten Optionen deines Kursnotizbuches. Angefangen auf der linken Seite vom Seite verteilen zu Abschnitten verteilen, eine Seite in die Inhaltsbibliothek kopieren oder die Arbeiten deiner Schülerinnen und Schüler korrigieren. Alle Optionen des Kursnotizbuches findest du im Reiter Kursnotizbuch. Sollte dieser Reiter Kursnotizbuch bei dir nicht angezeigt werden, würde ich dir empfehlen, einen Blick in die Einstellungen zu werfen. In den Einstellungen hast du etwas weiter unten die Möglichkeit, das Kursnotizbuch zu aktivieren. Und oftmals ist genau dieser Schieberegler daran schuld, wenn dir der Reiter Kursnotizbuch nicht angezeigt wird. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video die Möglichkeiten von OneNote auf dem iPad ein bisschen näher bringen und wünsche dir viel Spaß beim Arbeiten mit OneNote auf deinem iPad.